Sie hat es wieder getan. Ivana Knöll hat sich im Urlaub auf Ibiza mit Erling Haaland fotografieren lassen. Knöll selbst postete ein Foto des Treffens im Beachclub Playa Soleil. Haaland in einem Zweiteiler in City Hellblau posierte lächelnd mit der ehemaligen Miss Kroatien, die das Foto ihren 3,3 Millionen Followern auf Instagram zeigte. Wir erinnern uns, viele dieser Follower gewann sie während der WM im Winter. In Katar machte das Model mit freizügigen Outfits in den kroatischen Landesfarben auf sich aufmerksam und erreichte durch die Auftritte große Bekanntheit. Ob Haaland also wusste, wer damit ihm ein Bild machen wollte?